Hi, ich bin hier Hugo und hier ist hier wieder mit mir Tobi, wie ihr sehen könnt hier und wir werden jetzt Jumping Run machen. Wir werden von hier oben bis dorthin hüpfen und wer es dort oben überlebt, der hat gewonnen. Jetzt er wird, ich werde als erstes hüpfen. Bitte, ich spreche mir nichts. Hoffentlich. Du hast dich noch weiter weggeschoben, wie es war. Ja, hüpfe einfach. Probier es. Mich ist fix auf die Fresse hauen. Wahrscheinlich. Passt. Aber ich muss oben schlimm bleiben. Ach so. Ich habe nur drei Versuche. Passt. Komm, du schaffst du. Oberfels. Ich schaffte, ich schaffte. Passt. Jetzt kommt Tobi an die Reihe. Meine Stirn. Okay, wir sind weiter weg. Sein Handy. Der Schlüssel. Ja. Erste Chance wäre da rein. Okay. Geht leichter. Ui, jetzt geht er nur mit Weste und schaut, was hier ist. Hier ist nicht. Und nur mit Leihweil. Er ist so. Jetzt hüpft er rüber und schafft es nicht. Ja, letzter Versuch. Und er hat den Schneeball kaputt gemacht. Also wird es jetzt nur schwerer für ihn. Es ist letzter Versuch. Tobi, du schaffst es. Ich glaube an dich. Ich glaube nicht. Aber egal. Okay, das zähle ich, dass er es geschafft hat. Ich war trotzdem besser. Aber es macht nichts. Er ist besser im Klettern. In fast allen ist er besser. Das macht nichts. Ah, und ich wollte euch noch zeigen, aus was diese Tore hier gebaut sind. Aus Planit, oder? Was? Das ist aus Blech gebaut. Man kann es umschmeißen. Ich mache es hier lieber jetzt nicht. Ich kann es aber noch später zeigen, wenn er weg ist und die da hinten. Ja, wir sind immer noch am selben Tag, was wir denn... Ah ja, das habe ich voll vergessen. Wir sind bei der zweiten Aufnahme. Zweiten Aufnahme. Zweiten Aufnahme. Zweiten Aufnahme. Zweiten Aufnahme. Okay, es hat sich nicht aufgehängt, falls ihr es glaubt. Es geht weiter. So, habe ich das im Schlangen. Hast du schon erzählt? Habe ich schon erzählt, genau. Also, wir beenden dieses Video gleich mit zwei Runden. Aber diesmal muss er zwei Runden laufen. Und... Wirst du dir was aufziehen? Jacke und Weste oder so? Ist mir egal. Aber hauptsächlich, du wirst nicht krank. Ich werde dich noch brauchen. Mit Weste. Okay. Die Weste sah blau aus. Die Weste sah urblau aus. Schau. Die Weste ist blau. Im Video ist die Weste blau, aber in echt ist sie grün. Also, ich hoffe, es macht euch nicht. Und geht. Er rennt, er rennt, er rennt. Er ist wie Splinter, der Film. Er hüpft. Er schreit Worte. Er rennt noch weiter wie ich. Oberface. Zweite Runde. Okay. Nein. Ja, zweite Runde. Letzte Runde. Ich hoffe, er überlebt. Er bekommt keinen Herzschlag. Herzschock. Und er rennt und rennt. Ich habe ein Bild. Wir machen schon vier Minuten. Schon? Ja, schon. Und Ende. Und jetzt sagst du am Anfang tschüss und dann ich tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Hugo. Bis zum nächsten Mal. Also tschüss. Tschüss. Vielen Dank.